Herzlich Willkommen zu diesem Börsenbrudi-Video. Wir schauen uns heute an, wird Readly das neue Netflix des Lesens? Und bevor wir starten, gucken wir einmal, welche Themen wir in diesem Video behandeln. Wir schauen uns die Aktie von Readly nämlich ganz genau an und natürlich das Unternehmen an sich. Zuerst der Disclaimer, dann die Unternehmensvorstellung, dann wollen wir gucken, welche Ziele hat das Unternehmen, wie ist die bisherige Entwicklung, wie möchte man Neukunden gewinnen. Dann schauen wir uns natürlich die Kennzahlen an und zum Schluss natürlich die Chancen und Risiken, wenn ihr investiert und kommen dann zu einem Fazit. Aber erstmal, das Ganze ist keine Anlageberatung und natürlich übernehmen wir keine Haftung für Fehler in den Videos oder für unvollständige Informationen. Hier können wir keine Haftung übernehmen, aber natürlich ist alles nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Ja, was ist Readly überhaupt? Readly ist ein Abodienst für Zeitschriften und Zeitungen mit mittlerweile knapp 400.000 Abonnenten, die dafür bezahlen. Eine kostenlose Version gibt es nicht und man hat mittlerweile über 5000 unterschiedliche Titel im Programm. Über 900 verschiedene Verlage, die hier veröffentlichen und man ist in insgesamt, ja nicht 17 Ländern, aber mit 17 verschiedenen Sprachen vertreten. Sprich, man ist in vielen Ländern mittlerweile aktiv, wobei die Kernmärkte insgesamt nur drei sind. Das schauen wir uns natürlich gleich genauer an. Erstmal dazu, was bietet Readly überhaupt? Ihr seht es hier schon, natürlich die Euro für den ein oder anderen Aktionär, natürlich eine wichtige Zeitschrift, die ist dabei, aber ihr seht es schon, man bietet beispielsweise Zeitungen an. Ihr könnt also die BZ Berliner Zeitung, die Bild, die Welt am Sonntag, den Standard oder auch Zeitschriften wie Daily Mirror, Daily Record oder andere Tageszeitungen, die könnt ihr bei Readly lesen, bekommt die immer, ja kurz nach Mitternacht bzw. morgens, wenn ihr aufwacht, sind die Zeitungen, die aktuellen Zeitungen vorhanden, auch die Sonntagszeitungen und ihr habt eine riesen Auswahl an Zeitschriften. Zum Beispiel hier die Euro, die Börse etc., also wirklich viele verschiedene Zeitschriften in den unterschiedlichsten Bereichen und das zieht sich wirklich durch, über Technik, über Sport, es gibt die Autobild und so weiter. Ihr habt im Bereich Gaming, GamePro und ihr seht jetzt hier mal eine Auswahl, was es alles an Zeitschriften gibt und ihr seht schon, es ist unglaublich viel, wir sind hier mal durchgescrollt und sind überhaupt nicht zum Ende gekommen. So viele Zeitschriften gibt es hier im Angebot, sprich, man kann hier wirklich vom Netflix des Lesens sprechen, denn es gibt eine riesen Auswahl und für jeden ist hier sicherlich was dabei. Und nicht nur das, man findet auch, wenn man so durchscrollt, immer interessante Artikel oder interessante Zeitschriften, die man so vorher noch gar nicht kannte. Und das ist natürlich der interessante Punkt, gerade für die Verlage, denn hier kann man ja Neukunden gewinnen bzw. Geld mit seinen Magazinen verdienen, die sich sonst so keiner kaufen würde. Geschäftsmodell an sich, die Verlage veröffentlichen hier ihre Zeitungen und Zeitschriften und werden dann am Umsatz beteiligt. Wir schauen uns mal an die Ziele des Unternehmens. Man möchte mittelfristig 30 bis 35% organisches Wachstum haben, Organic Revenue Growth. Man möchte eine Marge von 35% erreichen und in 4 bis 5 Jahren, also 2025, möchte man ein positives EBITDA erreichen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Ziel. We started the year with a strong quarter with continued solid growth. Insgesamt ist man bei den Full Paying Subscribern um 36,8% gewachsen. Damit kommen wir zur Entwicklung von Readly. Was ist bis jetzt bei Readly passiert? Man ist nämlich noch gar nicht lange an der Börse, mittlerweile erst seit einem Jahr. Aber das Unternehmen entwickelt sich doch kräftig und es kommen immer wieder Neuigkeiten dazu. Und das macht das Unternehmen so spannend. Also starten wir gleich. Wir schauen einmal rein, wie hat sich das EBITDA, also Earnings Before Interest, Taxes and Amortization, wie hat sich das Ganze entwickelt. Und ihr seht, man macht hier noch Verluste. Man hat sogar einen Rekordverlust im Q1, 21 erreicht. Das ist aber natürlich darauf zurückzuführen, dass man erstmal Kunden gewinnen muss. Und das ist teuer, aber das klappt auch sehr, sehr gut. Das schauen wir uns gleich natürlich nochmal genauer an bei der Neukundengewinnung. Ihr seht hier die Subscriber und zwar sind das die Subscriber, die für Readly bezahlen. Und man sieht hier, man war im Q1 2017 bei 100.000, mittlerweile Q1 2021 bei 400.000 Subscribern, die hier bei Readly jeden Monat dafür bezahlen. Wie teuer ist das Ganze? Man ist je nach Land so im Bereich 10 Euro. In Deutschland sind es 9,99 Euro pro Monat. Damit ein gleicher Abo-Preis, wie beispielsweise bei Spotify oder auch anderen Diensten. Also ein Preis, der jetzt nicht ungewöhnlich ist und wo man auch Abonnenten findet. Wo ist man vertreten? Ihr seht, der größte Markt ist Deutschland. Dann kommt Schweden, dann UK und dann kommen andere Länder. Man ist also gerade in diesen drei Märkten groß vertreten, wächst hier auch noch gut und im Rest of the World. Man möchte weiter in Länder expandieren, aber hat sich erstmal auf diese Kernmärkte konzentriert. Das Wachstum generell findet aber über alle Bereiche statt, also sowohl in Großbritannien als auch in Schweden als auch in Deutschland. Wobei Deutschland natürlich mit 80 Millionen Einwohnern eben viel Potenzial bietet. Ihr seht hier einmal den Börsenkurs und das ja als Blick so in die Vergangenheit natürlich nie ein Blick in die Zukunft. Aber man kann sehen, mittlerweile hat man 50% seit dem IPO verloren. Das ist ja der Kurs in schwedischen Kronen und dementsprechend stellt sich natürlich am Ende die Frage, ist das Ganze lohnenswert hier zu investieren? Wie gewinnt man denn nun eigentlich Neukunden? Ihr seht schon hier Beispiel Coca-Cola Light, aktuell eine große Kampagne, man bekommt zwei Gratismonate, wenn man hier einen Code von der Cola-Dose einlöst. Aber man ist auch beispielsweise in der Lidl Plus App vertreten. Man ist in den Märkten von Saturn vertreten. Man ist an Bord von SAS vertreten, sodass man während des Flugs lesen kann. Man hat unterschiedliche Angebote mit Einzelhändlern oder Telekommunikationsunternehmen. Bei Samsung ist man auf den neuesten Handys bei so einem Vorteilsprogramm mit dabei für Samsung-Kunden und erschließt damit eben einen immer größeren Kundenkreis. Aber das Wachstum kostet eben Geld. Wir schauen uns an, wie sehen die Kennzahlen aus. Und wir haben es ja schon gesagt, die Full-Paying-Subscriber, die wachsen kräftig 36,8% im Jahresvergleich. Aber wenn wir unten gucken, Net Result of the Period, dann sehen wir, dass auch der Verlust sich mittlerweile auf im ersten Quartal 59,465 sehr, sehr, ich sag mal, ins Negative wandelt. Man war immer negativ, aber die Verluste nehmen weiter zu, was einfach diesen massiven Werbemaßnahmen geschuldet ist. Man investiert alles in Werbung und kann dementsprechend noch keine Gewinne ausweisen. Wir schauen mal rein, wie sind denn die Chancen und die Risiken nun. Also Chancen, beste Auswahl an Zeitschriften, Wachstum bleibt weiter bei diesen über 30% im Jahresvergleich. Man ist der größte Player im Markt und will das auch beibehalten. Die Bekanntheit, die könnte sich steigern durch die ganzen Werbemaßnahmen und auch der Umweltaspekt ist sehr, sehr spannend. Positives EBITDA ab 2025 und wenn es weiter wenig Konkurrenz gibt, dann hat man hier wirklich gute Chancen. Aber Risiken, Konkurrenz, das könnten Verlage kündigen, Wachstum könnte sich verringern. Ist das Wachstum nur durch Werbung möglich, dann kostet das weiter Geld. Die Expansion könnte scheitern in anderen Ländern und ist überhaupt dieses digitale Lesen zeitgemäß, beziehungsweise generell Zeitungen und Zeitschriften, wird das nicht irgendwie durch andere Formate ersetzt. Das bleibt spannend abzuwarten. Wir schätzen es so ein, die Chancen 55% Risiken, die Wahrscheinlichkeit hier 45%. Also es ist wirklich ein risikoreiches Investment, denn es gibt natürlich Konkurrenz. Apple hat beispielsweise einen ähnlichen Dienst in Amerika und auch könnten die großen Tech-Unternehmen in diesen Markt vordringen. Aber die Chancen sind dementsprechend hier auch unglaublich groß. Wir sind also gespannt auf eure Meinung. Wie findet ihr Readly? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wie gesagt, wir freuen uns auf eine Diskussion. In den Kommentaren seid ihr investiert? Wie schätzt ihr hier die Chancen und Risiken ein? Gerne euren Kommentar und ein Like und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.